Da ist er! Da bin ich! Oh Gott, Otto! Herzlich willkommen zur fünften Staffel von Last One Laughing. Hi! Hallo! Zehn Entertainment-Profis, sechs Stunden und wer zweimal lacht, fliegt raus. Ich weiß aber noch nicht, ob das eine richtige Entscheidung ist, ehrlich gesagt. Es wird heiter bis lustig. Hallo! Ich präsentiere euch Bullis Puppenkiste. Weltpremiere bei LOL. Es ist also alles möglich. I was born in North Carolina. Ich bin in Wirklichkeit ein Ami. Ja, genau. Heda! Das ist ja genau mein Humor! Guck, guck, guck! Ah! Du Scheiße! Roger Federer! Was ist das? Das ist ja eine Desaster-Nummer! Last One Laughing. Ab 28. März. Nur bei Prime Video. 1 1 2 und 5 5 6 Vielen Dank.